Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch heute zum wieder einkaufen. Also ich muss zum Rossmann. Ich brauche ein paar Sachen für die Kleine und für die Großen auch. Und deswegen dachte ich, ich nehme mal die kleine Kamera mit und nehme euch mal durch den Rossmann mit. Die haben ja immer so tolle Angebote und deswegen gucken wir, was Rossmann so schönes zu bieten hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gucken. So, was gibt es hier schönes? Die Nütze kann man ausziehen, okay? Ja, was ist das für ein schöner Koffer hier? Kinderkoffer, ist da was drin? Einfach nur ein Koffer. Hier kann man sich die Füße reinigen. Rotbox sieht cool aus. Och, die sind ja süß, die Lichter zu Halloween. Das ist ja so schönes. Ich liebe es zu so schönes, die sind ja süß, die sind ja süß. Hier gibt es was Reduziertes, Highlighters, da gibt es auch was Reduziertes. Augen-Make-Up Entferner. Okay. Hier, mein Make-Up ist reduziert. Dann stehen die Nummern. Das ist B3. Was ist denn das? Ein Bruder. Kofi-Glow. Kofi-Glow. Das ist wahrscheinlich falsch, denke ich mal. Das sieht mega. Das sieht super cool aus. So eine Marmor-Optik. 3 Euro. Die haben so schöne Farben hier. So ein Bild. Sieht eigentlich auch so schön aus, ne? Habe ich auch schon mal gezeigt. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? So ein Serum. Okay. Ja, Vitamin C ist ja gut unter Make-Up. Ganz viele Deos sind reduziert von Nivea und von diesen 8x4. Ich glaube, da nehme ich mir mal eins mit zum probieren. Ich muss nur gucken, welches. Und hier ist auch noch was. Sieht auch interessant aus hier. Mandarine. Da auch. Eine Aluminium. Echt viele Angebote, gell? Ich weiß, was rot ist. Guck mal hier. Paare Schätze. Dann da oben. Hier. Festes Shampoo. Alles reduziert. Hier. Überall. Rote Preise. Das schöne Design. Das sieht auch schön aus. So. Zahncreme brauchen wir. Da nehme ich wieder mehrere mit. Nehmen wir zweimal die. Und zweimal die. Und zweimal die Bräder. Die werden auch reduziert auf 79 Cent und 69 Cent. Sehr gut. Du hast noch Zahncreme. Oh, die Flaschen sehen ja cool aus hier. Oh, so Melone. So. Dann brauchen wir Windeln. Ich nehme diesmal 4 Plus. Mal 4 Plus passen. Doch ein bisschen besser. 5 war sie noch zu groß. Und wie viel sind da drin? 68 und hier 72. So ein riesen Paket für dich. Guck. Ja. Willst du festhalten? Nicht so groß? Was? Du bist eine Nudel. Du musst alles haben, gell? Ja, ja, ja. Adventskalender gibt es hier auch. Oh, schön. Guck mal was hier drin ist. Cool. So. Haben wir Glück gehabt. Milch ist da. Also 3 Pakete. So hat das 3 Plus 1. Genau. So brauchen wir 4 Pakete, Mausi. 4 Pakete. Hm? Ich bin vollgepackt und ich wollte zeigen, unser Kaffee ist im Angebot für 1,99. Also unser Cappuccino. Lass uns mal mal probieren. Ah, wie cool. Unsere Proteinriegel sind auch im Angebot. Dann nehme ich doch gleich mal ein paar mit. Leiter Kamell. Das nehme ich auch mal mit zum probieren. Russelina Kokos. Wo ist Kokos? Hier oben. Kokos. Das ist Kokos, ja. Einmal Kokos, einmal Banane. Dann nehme ich noch so einen großen mit. Ah, was für einen? Nehme ich mal den hier mit. Das sieht auch voll lecker aus. Das ist Schoko. Schoko. Kukidu. Die sind so lecker, die Teile. Die sind so lecker, die Teile. Geht's bei dir an der Zweierkasse? Also. Die Statsen sind im Angebot. Und Nüsse. So, wir gehen jetzt an die Kasse. Die Süßigkeiten sind auch im Angebot. Ganz viele. So, die kleine Maus will glaube ich auch so einen Adventskalender haben. Gell? Der gehört Selina, mein Schatz. Das haben wir gekauft. Ich habe es mir alles hier hingelegt. Windeln. Habe ich euch ja alles schon gezeigt. Wir haben ein paar Quetschis mitgenommen. Die mag es ja total gerne. Sowas hier. Kartoffel, Rindfleisch. Eintopf für so mitnehmen, wenn wir unterwegs sind. Ja, gleich mein Schatz. Zahncreme verschiedene. Dann, auf das hier bin ich besonders gespannt. Mandelcreme. Das habe ich jetzt in mehreren Instagram Stories gesehen. Dass man das mit Obst isst. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir mein Augenbrauenstift mitgenommen. Wieder von Catrice. Das ist ja meine Lieblingsmarke. Dann die Proteinriegel. Habe ich euch ja schon gezeigt. Unseren Kaffee. Ich habe Glück gehabt, dass eine Packung 30% günstiger war. So, sorry für die Unterbrechungen. Ein paar Mal Milch für die Kleine. Da gab es ja die Aktion. Drei kaufen, eine gratis. Und ja, ein paar Süßigkeiten halt. Genau. Das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen um 11 Uhr im Vlog wieder. Tschüss. 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 Tschüss.